hat was für mauren feeling so dann würde ich sagen ich habe noch die aufgabe mit dem besen aktuell finden uns noch ein paar mal versuchen vielleicht am dienstag und donnerstag also nicht da mal ein mal schauen wo doch nicht egal ich gehe mit der smote da war ich noch nie fern von wir haben ja jetzt noch wenn der ausrottung handbuchseiten aufwärts interessant ich habe noch was bei kampf zum kradler kobold die gegner müssen wir auch noch finden spinnen besiegen trolle und sonst könnten wir in der landschaft einfach mal losfliegen und gucken ob wir in der landschaft ein paar gegner finden und die haben wir auch mal kurz gewandt einsatz für erfahrungspunkte noch für die herausforderungen dann einfach mal besiegen ich glaube so kommen am besten am schnellsten zum zu den erfahrungspunkten wenn wir keine zeitquests unterwegs haben wo sind denn hier noch kobold lager die noch nicht aufgeräumt sind hier haben wir welche hier ist noch eins ein kleines banditen nager wir nehmen uns das mal als nächstes vor dann haben wir glaube ich noch in der linie noch einige da ist gleich das nächste mittelgroße auf geht's große aufbau macht zu nachdem die bosse besiegt sind auch den schergen mal bescheid sagen dass sie verloren haben wir haben auch noch gegner auf spinnen bin ich jetzt nicht besonders scharf wie noch zu begegnen aber noch zu besiegen aber wenn wir ihnen begegnen wenn wir mal mit was so gehen können na komm na ja ein land nicht verfügbar dann wollen wir mal den besuch abstatten und immer zu Hause wen haben wir denn hier noch einen menschen einen moment schön dass du mal vorbeikommst ah das könnte schnee funktioniert auch mal hier das könnte ich nicht kämpfen das könnte ich nicht kämpfen oder so du kannst doch nicht aushalten du kannst doch nicht aushalten du kannst doch oben du kannst doch oben ich kann ich kann du kannst doch noch mal ich kann 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 Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Oh kacke, ein Feri. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aha, hier ist ein Rührending. Ah, nö. Muss nicht sein. Warum ist denn das Banditnagel hier noch nicht gewöhnt und nicht gewöhnt? Da sind noch irgendwo Gegner, die sich verstecken. Aha, jetzt haben wir es aufgeräumt. Hier haben wir noch ein Banditenschloss. Ich weiß nicht, wie viele hatten das jetzt gebracht, dass wir die Wege besiegt haben. Ich muss doch ein paar Punkte geben. Ich wollte sich dann irgendwann mit den Kämpfen. Aha, so viel Guss zu tun, also wie ging das nochmal? Hier haben wir das kleine Schlösschen. Waren wir das nicht schonmal? Oh. Das bedeutet Ärger. Und ich... Du bist so... Die Führer da hat unsere Bohrer zerstört. Du hast doch aufgeregt. Oh! 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 ... Das ist gerade zu spät! So wo sind sie denn hier an bei dir? Aha, da oben. Ja, war ich safe schonmal. Ja, ich glaube schon mal einen tollen Besicht. Ich glaube, der Tor ist wieder da. Das soll mir nicht sein. Das ging bei innen. Ich komme mal runter. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Spann dich, mein großer Freund. Das hat ein paar Forms-Mobiles. 50. Sobald du noch Begleitung brauchst, hör mir mal auf. Nachdem wir hier mal weggenommen, den... ... die Bosse besiegt haben. Oh, ja. Oh, ja. Kein Problem, ja, das. Die Sachen müssen wir nicht lassen. Schaffts nicht mal mehr, mich anzugreifen. Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. Wo sind denn die anderen? Und her sociallyelinierde? Ja. at Ron. Ja, ich weiß nicht. ... Da. Ich bevor... Systeme, den wir losladen. Ich glaube das einzelne Kobolde bringt nicht wirklich was, da muss man eher mal einen Träulversteck ausheben. Da soll noch was sein, aber... Ja, da ist die Kiste. Ich fuchte die Kiste. Da ist die Kiste. Dann ist die Kiste. Ich fuchte die Kiste. Jipp. Grüne Kiert. Ich fuchte die Kiste. 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 Aha. Ich fuchte die Kiste. Ach, hier waren wir doch mal mit Nati, glaube ich. War das nicht das, wo wir den... Wo die Hypo greife gewendet haben? Ist doch das Schloss. Oder etwa nicht. Nein, dann komm her. Ach, so brüchtig der Gegner. Können wir nicht durch. Dann fliegen wir mal. Falls es geht. Hallöchen. Dann fliegen wir noch mit. Ich spiele anche da ein Gang. Dich verabschiede der Gegner. Ich spiele auch mal mit. Die Spurenzuche sind auch noch leichter. Einfach zur Karina. Ich habe es auch. Tempest-�urm. Aha, nicht wirklich. Das ging schnell. Fast schon enttäuschend. Halte einen Knuttenwurf für Roberts übrig. Ich habe es satt, ihn über seinen Nebenhöhlenklang zu hören. Ein Zungenschlag eines Knuttenwurfs räumt Rotz von der Größe eines Klatschers aus dem Weg. Will ich Geld mitnehmen? Jetzt die Gliederkröte. Ist das auf Stufe 3? Zu schade. Die Kröte könnten wir jetzt noch mitnehmen, aber... Kommen wir zu. Oh, den Schnapsack haben wir eh gerade hier. Die Kröte könnten wir nicht gewidmet werden. Aber wo bist du in einem Käfig? Nichts. Okay. Der hat nicht. Hier ist noch ein vereinzelter Gegner. Die Katze. Die Zeit muss sein. Vor während dem Kampf. Ganz richtig. Wo bist du denn? Ach, da oben. Komm doch runter. Na. Das war nix. Ich kann mal runter von den Ruhm. Das war nix. 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 Okay, it's so good. Das ist hier eine Anrufsseite. Bei uns Bräuer, die im Maul der dreiküpfigen Schlange erzeugt werden, verbessern die geistige Gewandtheit und werden daher auch für Tränke verwendet. Ja, wir kommen der Stufe 34 immer näher. So, berichtete Gegnern näher. Die nehme ich gern. Straßenblüter versteckt. Ja, hier ist noch ein berichtiger Gegner. Komme ich da mal vorbei. Sehr berüchtigt. Nämlich in den 2 Minuten, wenn ich den 2 Minuten Sieg kriege, müssen hier sehr berüchtigt sein. Und da bin ich die Barrieren einfach um Fliegen. Das muss schon hier irgendwo sein. Mach mal langsam. Mach mal langsam. Wir sind schon da. Wir sind schon da. Ja. Nein, ich bin genau langsam. Ich bin genau langsam. Ich weiß nicht, dass ich einen Tag schrecklich ist. Ich bin genau langsam. Ich bin genau langsam. Das ist noch ein Kubotlager und schlecht halte ich vor aber die können wir nicht wirklich was auch wenn die mich treffen die können wir noch mal ab und zu mal auswerfen Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Was ist eine große Herausforderung? Es ist eine große Herausforderung. Also, du hast eine große Herausforderung. Ich habe ihn nicht in die Augen. So, ein Lager aufgewäumt. So, wo ist der brüchtigte Gegner? Hier irgendwo? Oh, der ist hoch, da geht es steil runter. Zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden in dem Spiel. Sehr zum Glück. Ah, der Sunkkraut, das ist ja brüchtigt. Zündoser Sunkkraut. Das tut er brüchtigt, den Gegner. Oh, lecker. Oh ja, der ist auch nicht ganz dumm. Okay, das war ein brüchtigter Gegner, okay. Da müssen nicht immer Menschen sein. Das ist echt stark die Gegner, dieser Sunkkraut. Da muss ich auch noch welche sammeln. Oh, neun von zehn. Haben wir hier noch einen? Genau, zwei. Zehn und zehn. Da sind wir auf dem Weg. Ich glaube ein Viertel haben wir gleich geschafft. fünf Krattlerzunge. Aha. So, Herausforderung. Und dann Kampf. Aha, zwanzig müssen wir jetzt noch besiegen. Ah ja. Ein paar berüchtigte Gegnerarmee noch. Hier ist noch ein Banditenlager. Hier ist noch eins. Berüchtigte Gegner, berüchtigte Gegner. Hier ist noch ein Drache, der ist bitte geflogen. Ich muss da auch noch berüchtigte Gegnerarmee noch geben. Totenschädel-Symbone. Und dann in der Map. Irgendwas. Ah, hier. Da fehlt Kraft. Nein, da mache ich noch eine Schnellreise. Was ist das? Ich hätte die Lina reingesandert. Wir werden dir wünschen, wieder in der Schule zu sein. Das waren unsere Schnatter und das weißt du auch. Du hast mein... Du hast doch Nora Treffel befreit, oder? Das musst du schon bald bereuen. Geflogen. Hey, jetzt. Ja. Geflogen. Du hast doch momentan... Okay, wie kommen wir da jetzt hin? Außenrum. Du hast leise wie ... Oh! Unverschämt! Uh-huh! Ich werde nicht rum mehr! Ah! 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 Oh! Das war doch der Untererstes Prüfung, oder nicht? Du hast mich da... Oh nein! Hier sollte ich vielleicht nicht alleine aufschlagen! Ich werde doch auf, endlich! Hier möchte ich nicht alleine aufschlagen! Jetzt werden wir über Humboldt noch ein Problem. Den berichtigen Gegner schon besiegt, oder? Nein, der scheint noch hier zu sein. Okay. Na dann zeig ich dich. Das zeigt hier normalerweise auch Gegner an. Aha. Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Da sind noch ein paar vereinzelte Diener. Mal sehen Sie, ich sag ihm nicht weiter. Gibt es für dich? Da gibt es Ihnen eine kleine nowe Wüste. Du kannst mir mal probieren. Ach, dein Optik. Satz, bleibe ist eine Biberseleid.